Liebe Freunde, liebe Kunden, es ist ungefähr vier Wochen her, als wir euch darüber informiert haben, dass wir hier den Verkaufsbereich aufgrund behördlicher Auflagen kurzfristig schließen mussten. Wir haben seit dieser Woche wieder den stationären Verkauf ganz normal geöffnet. Wie man sieht, sind hier die Begrenzungen auch abgebaut und wir sind seit Montag wieder in vollem Einsatz für euch da, was uns alle sehr freut. An der Stelle ist es auch an uns mal Danke zu sagen, Danke an unsere Mitarbeiter, Danke auch an euch, liebe Kunden. Es war in der Phase nicht immer einfach, aber es war jeder sehr diszipliniert, jeder hat es wirklich sehr gut mitgetragen, diese Einschränkungen und war sehr verständnisvoll auch, wenn es halt mal nicht möglich war, eine Probefahrt zu machen, wenn es nicht möglich war, im Autohaus die Beratung durchzuführen, wie ihr es immer gewohnt seid, sondern entweder war es online oder am Telefon, je nachdem, wie es gerade für jeden gepasst hat. Ein Dankeschön gilt natürlich auch allen Helferinnen, Helfern, Pflegern, Pflegerinnen, Ärzte, Teams in den Kliniken, in den Gesundheitsbehörden und natürlich auch den örtlichen Behörden generell, die in den letzten Wochen in einer teilweise nicht einfachen Situation immer die richtige Entscheidung getroffen haben und auch immer entsprechend nachjustiert haben, wenn es darum ging, mit Erleichterungen dann doch auch wieder das normale Leben möglich zu machen. Die Sicherheitsvorkehrungen haben wir dementsprechend natürlich auch nochmal ausgeweitet, um hier den normalen Betrieb auch durchführen zu können. Man sieht hier, wir haben jetzt an der Info auch entsprechende Plexiglasscheiben, um unsere Mitarbeiterinnen vorne an der Info und natürlich auch unsere Kunden entsprechend zu schützen. Wir haben hier auch nochmal beschildert, um hier den Abstand auch zu signalisieren, entsprechend natürlich auch wieder im 2 Meter Abstand die entsprechenden Abgrenzungen und hier am Eingang jeweils Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe entsprechend platziert, dass jeder praktisch sich auch dann entsprechend bedienen kann. Wie ihr gesehen habt, haben wir alle Vorkehrungen getroffen, damit der Normalbetrieb auch entsprechend wieder vonstatten gehen kann. Probefahrten, Verkaufsgespräche, Beratungen, wie ihr es gewohnt seid. Wir haben eine Bitte, dass wir doch hier auch dann entsprechend die Maßnahmen einhalten, das heißt die Abstände im Autohaus, dass ihr auch mal das Desinfektionsmittel dann auch nutzt und wir freuen uns, wenn ihr kommt und ihr seid immer herzlich willkommen. Es geht wieder los.